Du hast das Mikro an, ne? Hast du das Mikro an? Ja, Lobo habe ich das Mikro an. Kommt da noch jemand neben mir? Laki, komm nach unten, es hat ja Platz da. Willst du zu uns setzen? Ja, alles gut. Kannst du das insetzen, du? Ich habe noch Platz für dich. Sei es besetzt. Jetzt kommt der Mann mit den hübschsten Beinen im ganzen Bereich Lederkurs. Schau mal deine Beine an. Ja, Lobo habe ich das Mikro an. Wir müssen alle wissen, dass du die hübschsten Beine hast. Schau mal diese Waden. Richtige Keulen hat er da. Komm, komm, direkt. Hab ihn! Abra, 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 abra. Komm, Daly, komm Daly, komm Daly. Play forward, play forward. Bei den Spielen des Dezember ganz bestimmt des Öfteren in der Anfangsformation sehen. Und jetzt ist es passiert. Jetzt ist es passiert. Erstes Tor. Ein Mann. Ja, Mann. Du kannst fünf Minuten spielen. Ja. Paolo. Nicht immer in der Mitte. Es gibt viele Leute in der Mitte. Quedate raus. Bravo. Jetzt würde ich mal schießen, Jungs. Es ist Nachspielzeit. Eine Sekunde. Und gesagt, getan. Die letzte Aktion. 1 zu 0. Nach dem ersten Drittel für Bayern 04 Leverkusen. Nicht immer in der Mitte. Einmal in der Mitte. Einmal in der Mitte. Denn viele Leute sind in der Mitte. Einmal in der Mitte ein wenig abiert. Einmal in der Mitte. Einmal in der Mitte. Kerem, ist gut? Da kann er ein bisschen höher spielen und ein Mann, wir spielen mit zwei Achte, Nadiem und du. Nadiem, halb links oder halb rechts? Ist egal. Einfach aufeinander schauen. Wir können nicht alle auf die gleiche Seite kommen. Nicht zu fest zurückkommen, bleib auf der letzten Kette. Du bist schneller als die anderen, kannst du immer wieder in die Tiefe gehen. Ein bisschen schärfere Bälle, schärfere Pässe, Überzeugung im Pass. Von Seite zu Seite zu wechseln, dass es schneller geht. Achtung, nicht zu fest reinkommen. Ihr habt gemerkt, wenn wir links spielen und dann geht der Ball ins Zentrum rein, und wenn du dann im richtigen Timing kommst, dann sind wir zwei gegen eins. Wichtig ist einfach, dass du nicht zu früh innen bist, ein bisschen breiter bleiben. Nicht zu viel spielen innen. Und wenn du den Ball zwischen den Linien bekommst, versuch aufzudrehen, dass du gleich die letzte Linie angreifen kannst. Du wolltest wieder das 1-1 leiten. Oh, bravo. Alle Aron, offside. Jetzt vorwärts, vorwärts, tief, tief. Gut. Wann wollt ihr schießen, Jungs? Wann geht der Ball weiter? Ich glaube, Kerem nehmen wir raus, wenn wir das genug kriegen. Er hat alle Spiele gespielt. Play and go. Go, 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 go. Das war's. Zweite dritte hier in der Hexanderer Stahl. Wir haben 50 Minuten mitgekommen. So gut. Tschüss. Danke. Danke. Danke dir. Danke. Danke dir. Danke. 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 Danke, Jungs. Spaß gemacht. Nächstes Spiel gewinnt er wieder. Danke, Jungs. Spaß gemacht. Danke, Jungs. Viel Erfolg noch. Danke. 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 Ich werde ein bisschen ein-on-one machen. Ich werde eine 1-2-Situation hier auf dem Grund. Es werden noch mehr offensivere Situationen. Okay. Gut? Nato, du spielst nach zehn. Mit zwei Sechsen hinter dir. Links Dehli, rechts der Volkan und vorne Paulinho. Paulinho. Na punta. Derantero. Ja, Dali der Izquierda und nach der derecha ein Chabalin. Okay? Panos, du spielst mit diesem Jungs. Okay. Ich werde ihn fragen, welcher Fuß er hat. Ich denke, es ist links. Wenn er links ist, dann spielt er links. Panos! Panos! Sag ihm, wie er geht. Der rechte Defender. Das ist meine Jahreszeit. Aber wir haben insgesamt schöne Spielszenen und schöne Tore gesehen. Wie diesen achten Treffer. Réli. Kopftot. Schiri fehlerfrei, oder? Marcel? Auf engem Raum ist er schon extrem explosiv, der Paulinho. Dack, 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 dack. Doch, schön, ja? Es gibt es den einen Treffer. Und es gibt den Riesenjubel. Ulrich Haber am Stadion. Das 1 zu 8. Es ist doch wunderbar. Also jetzt haben wir tatsächlich auch noch dieses absolute Highlight. gut gespielt. Savit, das gibt eine Analyse morgen. Wusstest du? Eine Analyse für das Gegenspiel. Und das ist jetzt amtlich. Acht Tore werden es nicht mehr haben für die Stadtauswahl. Aber immerhin ein Tor durch die Nummero 15. Elifat Sinani von Genschler. Birligi Opland. Er macht das 1 zu 8. Heder, Heder! Gut, Jungs. Danke. Danke. Glückwunsch. Bravo. Bravo. Spaß gemacht. Bravo. Bravo. Vielen Dank, ja? Ebenso, danke schön. Ein bisschen viel auf Seite, ne? Ja, ein bisschen, ne? Müssen wir noch mal checken. Ein bisschen zu viel, ne? Müssen wir noch mal checken, aber da ist es richtig. Nein, nein. Danke, Jungs. Bis dann.